hallo und herzlich willkommen bei lebenskunst bewusstes autarkes und freies leben heute geht es um die bedienungsanleitung für das leben kennst du nicht ich auch nicht es gibt aber sehr sehr viele menschen die immer wieder unbewusst danach fragen seit über fünf jahren bekomme ich täglich sehr viele fragen immer wieder in bezug auf den menschen in bezug auf probleme in bezug auf leid und sehr viele themen bereiche beispielsweise mir geht es schlecht ich habe die und die symptome was kann ich tun oder aber ich bin mit meinem leben nicht zufrieden wie schaffe ich es glücklicher zu werden wie kann ich zufrieden werden wie kann ich dafür sorgen dass andere menschen mich mehr wahrnehmen was kann ich dafür tun um einen partner zu finden wie sieht es aus in bezug auf die karriere den wirtschaftlichen erfolg habe ich hier möglichkeiten besser zu sein als andere oder meine nachbarn meine freunde meine familie die sind nicht stolz auf mich was kann ich tun es wird immer wieder ein problem geschildert es wird immer wieder leid geschildert sehr viele menschen empfinden dieses leid zunächst einmal nicht sie würden es nicht als leid deklarieren sie sehen dennoch ein problem und sehen dieses problem im zentrum ihres lebens deshalb fragen sie ja um eine antwort zu bekommen ich habe in einem meiner letzten videos schon mit dem thema frage antwort und generell dem thema der kommunikation aufgeklärt dass sobald ich eine frage habe immer eine antwort möchte sonst wäre diese frage nicht da demnach wird diese frage an mich oder an viele viele andere menschen gestellt sie suchen also alle hilfe sie suchen eine antwort sie die bedienungsanleitung für das leben oder vielleicht die bedienungsanleitung für sich denn man kommt ja schließlich auf die welt ohne diese bedienungsanleitung und egal was man so kaufen kann überall ist eine bedienungsanleitung dabei deshalb ist es ja auch ziemlich schwierig das leben zu leben ohne bedienungsanleitung sich selbst zu verstehen zu verstehen wer man ist und was man hier zu suchen hat auch das wird gefragt auch hierzu gibt es immer und immer wieder menschen die dir dann vielleicht sogar eine antwort geben es gibt nämlich den ein oder anderen der ganz offiziell anbietet dir zu helfen jetzt ist die frage ist diese hilfe etwas die dir wirklich etwas bringt würdest du eine bedienungsanleitung für das leben kaufen würdest du sie erwerben und würdest du auch versuchen sie anzuwenden ich denke dass es den ein oder anderen gibt der definitiv mit ja antworten würde jetzt ist aber wiederum die nächste frage glaubst du wirklich dass wenn du diese bedienungsanleitung hast dass es dir dann besser geht und jetzt wird schon wahrscheinlich der ein oder andere zweifel da sein denn es ist ja keine garantie es ist ja nur eine bedienungsanleitung für das leben aber für welches leben für dein leben oder für das leben von demjenigen der diese bedienungsanleitung geschrieben hat oder gibt es vielleicht für jedes leben eine bedienungsanleitung dann wären diese bedienungsanleitung ziemlich teuer nach unserem wirtschaftlich gesellschaftlichen system würdest du dann versuchen 20 jahre lang dafür zu arbeiten dass du dann dir genau diese bedienungsanleitung für dein leben kaufen kannst fragen über fragen du kannst dir gerne jetzt eine antwort zu diesen fragen geben du brauchst aber keine bedienungsanleitung die bedienungsanleitung fürs leben wird es niemals geben und das ist gut so denn die bedienungsanleitung fürs leben würde voraussetzen dass dem leben etwas verstehen muss und das ist genau der knackpunkt weshalb es keine bedienungsanleitung geben muss und auch nicht geben kann immer und immer und immer wieder gehen menschen davon aus dass sie zunächst einmal etwas verstehen müssen um sich näher zu kommen oder um probleme lösen zu können probleme die letzten endes auswirkungen auf sie selbst haben sonst wären es keine probleme erst wenn ich mich an etwas störe erst wenn ich durch etwas etwas empfinde was ich nicht haben möchte sehe ich ein problem oder ich habe alles und sehe dadurch trotzdem ein problem weil mir dann langweilig ist weil ich schon alles habe weil ich nicht erfüllt bin weil ich nicht glücklich bin genau das ist auch gleichzeitig das was da sein muss damit du abkommst von diesem verstehen du musst nichts verstehen jedes mal wenn du auf etwas stößt was scheinbar ein problem ist dann geht es immer nur um das fühlen es geht nie um das verstehen ich mache dir ein kurzes beispiel du hast ein problem damit dass du wirtschaftlich nicht erfolgreich bist das ist ja mittlerweile ein ganz ganz großes thema jeder versucht wirtschaftlich erfolgreich zu sein jeder versucht den besten job zu bekommen oft geht es dann eben aber mehr um den verdienst als um das was bei diesem job gemacht werden soll deshalb gibt es dann auch viele die sich selbstständig machen und sich dadurch erhoffen dass sie genau das machen können was sie wollen und damit dennoch wirtschaftlich erfolgreich sind wenn du dich fragst warum du wirtschaftlich nicht erfolgreich bist oder wenn du das ziel hast wirtschaftlich erfolgreich zu sein dann kann ich dir jetzt schon sagen dass das in beiden fällen nicht funktionieren wird sowohl wenn du dir die frage stellst weil darauf kannst du dir nur selbst eine antwort geben da kann denn niemand sonst eine antwort geben und wenn du das ziel hast ist schon ein weg so gesehen zu viel denn es sollte niemals das ziel sein wirtschaftlich erfolgreich zu sein denn wenn das dein ziel ist dann lässt du dich komplett außen vor du möchtest etwas erreichen ohne dass du dabei überhaupt schaust was da ist du denkst das was da ist sind vielleicht deine fähigkeiten das was dich qualifiziert um einen beruf auszuüben dass du vielleicht bisschen empathisch bist dass du generell gerne mit menschen etwas machen würdest dass du auch mit menschen gewissermaßen umgehen kannst und du denkst dass das die voraussetzung ist um wirtschaftlich erfolgreich zu sein ich kann dir ganz einfach sagen ob du wirtschaftlich erfolgreich sein kannst oder nicht liegt nicht in deiner hand und das ist das wunderbare dabei denn wenn du so handelst dass da nichts ist was dich immer wieder in verschiedene wege bringt nichts da ist was immer wieder durch gedankenschnipsel oder schleifen dich immer wieder dich um dich selbst drehen lässt dann wirst du herausfinden ob es passiert oder nicht und das ist das was dich frei macht da brauchst du keine bedienungsanleitung da musst du nichts verstehen du wirst durch das leben in anführungsstrichen durchgetragen und wenn du nicht erfolgreich sein sollst dann wirst du es auch nicht da kannst du noch so viel machen und tun und kannst dir ganz viele sachen durchlesen und verstehen und üben und noch und es wird nicht funktionieren und das steht natürlich im widerspruch zu deinem bild was du von dir hast und was du von der welt hast deshalb willst du ja auch eine bedienungsanleitung wenn wir mal zu einem anderen thema gehen dann wird es noch viel offensichtlicher wenn du ein problem mit etwas hast dann ist dieses problem nur da weil du etwas so empfindest was für dich nicht funktioniert was für dich nicht geht was du nicht ertragen kannst was du nicht sehen möchtest was einfach deinen vorstellungen deinen erwartungen nicht entspricht und jetzt möchtest du dass jemand anders kommt dir dazu etwas sagt und dass du dann das umsetzt um dann mit diesem problem fertig zu werden um besser im leben dazustehen das kann nicht funktionieren erstens gibt dir jemand anders ausschließlich tipps ratschläge nett gemeinte übungen mit die du zwar ausprobieren kannst wo du dich auch vielleicht drin wieder findest was dir vielleicht spaß macht was aber auch zum teil nicht so viel spaß macht du machst das dann und wenn du das machst und dann eventuell weiter kommst sprich du kommst dem problem auf die schliche du schaffst es vielleicht dieses problem zu umschiffen das heißt du gehst dem problem aus dem weg du hast vielleicht ein problem mit männern als frau jetzt oder auch als man und du vermeidest in zukunft einfach den männlichen part unter uns ja dann gehst du darum und sagst dir dann ja wunderbar mir geht es wieder besser mir geht es gut ich bin glücklich ich muss ja nicht mit männern ich kann ja auch mit frauen oder genau umgekehrt das was du da machst ist einfach das was da ist zu nehmen zu ignorieren es in die ecke zu stellen und noch blasser werden zu lassen als es eh schon ist denn es ist etwas unbewusstes und da kommen wir zu einem ganz springenden punkt es gibt menschen die denken wirklich es geht ums verstehen und das liegt daran dass selbst wenn sie sich schon jahre jahrzehnte lang mit dem thema spiritualität bewusstseins erweiterung persönlichkeitsentwicklung auseinander gesetzt haben dass sie immer wieder was von hören von bewusstsein unterbewusst bewusst und denken sich dann der prozess der weg der vom unterbewussten ins bewusste führt hat etwas mit verstehen zu tun deshalb denken auch menschen dass es bestimmt irgendwie in vielen verschiedenen teilbereichen eine bedienungsanleitung für das leben gibt unterbewusst und bewusst hat nichts mit verstehen zu tun du bist nicht unwissend es gibt in der psychologie es gibt auch in vielen anderen teilbereichen immer wieder menschen die dir sagen wollen du weißt das nicht und deshalb handelst du so nein du weißt das in wirklichkeit schon bloß es ist nicht in der ebene für dich ersichtlich in der du gerade bist jetzt kannst du natürlich schauen dass du diese ebene so gesehen aufmachst und dir anschaust was da ist aber auch das geht nicht über das verstehen sondern es geht immer nur über das fühlen es geht immer nur über die gefühle und deshalb kann dir da auch niemand etwas erzählen niemand helfen du kannst nicht von anderen menschen erwarten dass sie dir eine antwort geben und bei dir ist alles gut jetzt sagst du dir wahrscheinlich ja das ist mir vollkommen klar ich möchte ja nicht eine bedienungsanleitung und dann ist alles gut ich lese auf seite xy etwas nach und dann geht es mir besser sondern ich möchte ja selbst daran arbeiten und das ist der nächste trugschluss wenn du an etwas arbeiten musst dann ist es zwangsläufig auch so dass du etwas verstehen musst denn sonst würdest du nicht arbeiten sonst würdest du nicht dich damit beschäftigen du solltest dich mal mit dir beschäftigen und das machst du nicht aufgrund dessen dass immer wieder das was da ist so gesehen ins unterbewusstsein abrutscht beziehungsweise das was im unterbewusstsein da ist dir nicht zugänglich ist denn jedes mal wenn es hoch kommt längst du dich ab jedes mal wenn da die möglichkeit da ist das zu fühlen dann denkst du jetzt muss ich etwas anderes machen das liegt unter anderem daran dass du so konditioniert bist dass du funktionieren musst dass du für dich all das was da ist nicht zulassen kannst denn das ist ja auch der mechanismus gewesen weshalb das was da ist im unterbewusstsein ist wenn du das nicht verstehst ist das vollkommen egal denn es gilt einfach nur wenn du gefühle hast wenn da gefühle sind die dich immer wieder dazu bringen dass du jenes machst dass du vielleicht jenes denkst dann fällt dir ganz automatisch auf und das fällt jedem menschen auf da braucht keine bedienungsanleitung dass da gerade etwas abläuft und wenn das abläuft dann bleibt da wo du bist lass stille einkehren und fühl mal genau hin wo das in deinem körper ist und was es dir mitzuteilen hat das ist wenn man es so bezeichnen möchte die einzige bedienungsanleitung die du für dich bekommst und die du auch für das leben bekommst denn das leben ist perfekt so wie es ist in jeder erdenklichen sekunde und du genauso aber solange du immer wieder in diesen prozess rein gehst ich muss verstehen ich muss da weiterkommen wird nichts passieren alle menschen die dir sagen ich habe den schlüssel zu deinem glück ich verkaufe dir einen video kurs in dem du genau dieses glück erfahren kannst erleben kannst nachdem bist du anders die verändern etwas innerhalb der geschichte an der oberfläche das ist auch nicht schlecht das kann jeder so machen wie er das möchte aber du wirst trotzdem wieder an einen punkt kommen an dem wieder ein neues problem da ist und nicht nur eins sondern ganz ganz viele denn du denkst dir dann weil du das damit assoziiert jetzt habe ich das ja gemacht jetzt ging es mir zwei monate gut irgendwas habe ich falsch gemacht irgendetwas habe ich nicht beachtet ich muss vielleicht noch mal den video kurs durchgehen ich muss mir das alles noch mal anschauen vielleicht habe ich was nicht verstanden nein du hast alles verstanden schon bevor du diesen video kurs dir besorgt hast du verstehst aber nicht dass es nicht ums verstehen geht das ist das einzige wenn man es so bezeichnen möchte dass du nicht verstanden hast denn das wissen über dich ist bereits da du hast hast aber keinen zugriff in dieser ebene für dich selbst weil du diese ebene über lagerst in dem du verstehen möchtest verstehen hat nichts damit zu tun dass du etwas aus dir herausholst es dir anschaust und sagst wunderbar habe ich verstanden und jetzt nehme ich das wieder pack dahin zurück wo es war und dann geht es mir gut nein fühle da rein lass das was da kommt zu und lenke dich nicht ab von diesem gefühl egal wie schlimm dieses gefühl ist lass dieses gefühl durch und fange nicht an irgendwo irgendjemandem fragen zu stellen und dir auch noch antworten zu erwarten sondern erkenne dass das in anführungsstrichen der einzige weg ist der dich zu dir selbst bringt und der dir dann zu erkennen gibt was das leben ist und was du bist dafür brauchst du keine bedienungsanleitung jetzt würde mich natürlich interessieren ob du das genauso empfindest oder sagst du nein es gibt ja schon ganz viele Sachen die man lernen kann die man verstehen kann die einen weiterbringen vor allem im bereich des wirtschaftlichen erfolges weil du denkst dass du das leben bestimmen kannst oder bist du vielleicht ganz ganz anderer meinung hast noch etwas zu ergänzen oder hast vielleicht noch eine frage wenn ja dann schreibst du noch bitte in die kommentar sektion unter dem video würde mich sehr sehr freuen wenn dir dieses video gefallen hat dann würde ich mich auch hier über einen daumen nach oben freuen und wenn du freunde und bekannte hast die eventuell auch nach der bedienungsanleitung fürs leben oder für sich selbst suchen weil sie ja ohne auf die welt gekommen sind dann teile diesen doch bitte dieses video hier von mir solltest du noch kein abonnent dieses kanals hier sein dann hol das doch bitte jetzt einmal nach und wenn du schon abonniert hast dann aktiviere doch bitte die glocke mal sicherzustellen dass jedes neue hochgeladene video oder jeden gestarteten live stream von mir angezeigt bekommst bis zum nächsten mal euer ingmann